Herzlich Willkommen in der Schweiz. Unverhältnismässig. Delete. Kompetenzen von Zimmermann. Ihr Privatleben geht mich etwas an. Um was geht es hier eigentlich? Am Anfang haben Sie hier einen Ausweis. Und Sie haben unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder bekommen Sie den B-Ausweis, also anerkannten Flüchtlinge. Oder Sie bekommen den F-Ausweis. Hier haben Sie dann auch wieder zwei Möglichkeiten. Entweder bekommen Sie den F-Ausweis. In der Schweiz garantieren die Grundrechte, dass sie nicht wegen ihrer Herkunft, ihrer Rasse, ihres Geschlechts, ihrer Religion oder wegen ihrer sexuellen Ausrichtung diskriminiert werden dürfen. Wer nimmt den F-Ausweis? Hallo? Ich habe 120. Du hast 80. Ich glaube, du kannst ihn noch nehmen. Ich nehme keine neuen Fälle. Die Schweiz. Menschenrecht. Ist ja eigentlich eins. Musikstunden. Unverhältnismässig. Delete. Die Hej. Spielgruppen. Und umverhältnismässig. Delete. De Mön moisturerecht. Mön没 property. De Mön valuationrecht. Bleh. Die Chip-Ausweis. 13 00 00 00 00 00 00 00 00 Untertitelung des ZDF, 2020